Da, 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 wer bist du denn? Hi. Na, äh, hallo. Glaubt, dass wir uns kennen. Äh, nicht, dass wir uns kennen. Ich bin Alia. Ja, ich bin Johnny Doe, man. Hab ich, hab ich das noch nicht? Trautes Heim neu? Holz sammeln? Der Landwirt? Ist ein bisschen anstrengend hier, ne? Wuff, wuff. Was ist das denn hier? Bestimmt irgendwelche Aufgaben. Kalender. Was ist das jetzt hier? Kennen wir noch nicht. Das Kirschblüten. Achso. 21 Erdfest. So, da. Okay. Uäh, was hab ich denn jetzt gedrückt? Das wollte ich gar nicht. Geht hier abends die... Ach, guck mal hier. Da ist noch jemand. Hallo? Ja, genau. Hallo, ich glaube, ich hab sie hier noch nie gesehen. Bist du neu in der Stadt? Ja. Man sieht sich. Du, 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 du. Geht eigentlich mit der Übersetzung. Hab ich eh nicht mehr jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Uh, was ist denn das? So. Mhm. Achso. Mhm. Boah, sieh mal, wer endlich ist. Der neue Farmer. Stimmt's? Ich heiß Frank. Die Leutchen in der Taberna haben über dich geredet. Sollts mal vorbeikommen. Will ich machen? Wann ist denn das Beste? Ist der Corner? Ja. Okay. Oh. Hier geht's nicht weiter. Wer ist das denn? Achso, ist einfach nur ein NPC. Okay. Man wittert hier nie mit meiner, äh... Mit meiner Farmer nicht hier durch den Gegenlauf. Ey. Was ist denn du? Dir aber auch eine herzliche Willkommen. Ich bin Macy. Woher kommst du? Schön, dass ihr nicht mit dem Touristen in der Stadt seid. Ich bin kein Tourist. Oh, du bist eben nach Coral Eastland gezogen? Das ist großartig. Höchst willkommen und verwirrend. Warum? Nun, ich hoffe, du findest dich gut zurecht. Coral Eastland ist ziemlich rot. Das kann anfangs ziemlich schwierig sein, von A nach B zu finden. Das ist doch nicht immer. Äh, wie viel haben wir denn jetzt schon? Zehn von... Zehn von 30? Wie viel... Leute, gibt's denn hier noch? Äh, verlassene Villa? Kann ich hier einziehen? Was ist das? Hä? Hm. Ich würde gerne mal... Kann ich da denn... Oh, okay. Versperrt! Du trägst... Achso, nicht an. Achso. Okay. Uh, ich hink fest. Ich hab's mit der Steuerung noch nicht so, wenn... wenn's... Ist aber wahrscheinlich überhaupt noch nicht aufgefallen. Alter. Kann man die irgendwie auch reinfangen, oder was? Hi, wer bist denn du? Eva. Eva. Oh, ich freu mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Everest. Kurz vorm Eva. Bei uns gibt es nicht so viele neue Gesichter. Also, es ist toll für die Stadt, dass du hergekommen bist. Flirtet die mit mir? Ne? Flirtest du mit mir? Was ist hier sonst noch irgendwas? Zwei Stadtbewohner? Das ist aber geschlossen, ne? Dann kann ich da wahrscheinlich nicht gucken gehen. Mhm, okay. Autsch, das ist heiß. Wär ich jetzt... Toll. Autsch, das ist heiß. Auch sehr gut. Äh... Fremder. Da. Da auch noch. Ja, gut, dass es meins ist hier. Ciao. Hey, wer bist du denn? Kleiner Mann. Mein Name? Ich heiße Oliver. Warum? Ähm, ja, ein ganz normaler Tag auf der Insel. Abgesehen davon, dass du jetzt hier bist. Okay. Den hatten wir schon, ne? Ja, 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 ja. Ich glaube, ich müsste jetzt erstmal pinnen gehen, ne? Hallo. Ich bezweifle, dass jemand auf die Insel kommt. Möchte, solange wir den Teer am Strand nicht loswerden. Sie haben zum Bürgermeister gesagt. Aber... Aber du hasst mir. Ah, okay. Manchmal ein bisschen gezeigt, dass ich mich irre. Willkommen in der Gemeinschaft. Ja, du hast recht. Die Insel ist nicht mehr so, wie sie mal war. Das ist... Wie es ist. Warte mal. Ich muss ja Leute kennenlernen hier. Achso, das Joko... Gehen die jetzt alle da rein? Dann würde ich da auch eher rein gehen. Hallo, Mauzi. Na, hallo, mein... Frühling nicht gerade die beste Zeit, um hier herzuziehen. Okay. 16 von 30? Das hatten wir auch schon. Auch hier ein Spiel? Eine Jukesbox wird in Version 1.0 verfügbar sein. Okay. Das ist eine Info. Es wartet nur darauf, dass jemand anfängt zu singen. Ah, besser ich nicht. Okay. Mhm. Wie schön, dass ihr da nur im Gesicht zu sehen. Nehmt mich einfach, bitte. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ah, okay. Ah, okay. Aha, okay. Ah, hier darf ich rein. Okay. Ich dachte, hier geht irgendwie abends die Luzi ab. So. Hier rausgehen, ne? Sind jetzt nicht so viele, ne? Warte mal. Warte mal, schöne Frau. Schöne Frau, hatten sie mal. Oh, Krankenschwester. Mmh. Juri. Oh, Johnny Doe. Wie in Johnny Doe, Johnny Doe? Schön, dich endlich kennenzulernen. Farmer? Cool. Ich bin eine... Ach so, eine Ärzte, keine Schwester. Ärztin. Eine Ärzte hier. Ich brauche einen Arzt. Westen, Farm, Osten, Stadt. Süden tauchen. Ja, wir gehen zur Stadt. Äh, zur Farmer nicht. Was ist das hier? Ist mein Keller, okay. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal eine Restenergie hier vom Ballern. Damit sich das auch lohnt. Ein bisschen fest. Inventar voll. Wäre toll. Äh, wie kriege ich denn das Inventar offen? Ach so, äh, okay. Kompost, okay. Glas, Ahornsamen, Fasern. Kann man denn irgendwas hier irgendwie craften? Herstellen. Ah, okay. Hilf mir dieses Tor. Hilf mir diese Getruhe. Öh. Holz und Müll. Wo finde ich denn Müll? Wo finde ich denn Müll? Steinpfad. Holzpfad. Ja, mein Inventar ist voll. Habe ich mitgekriegt. Aber wo finde ich denn Müll? Was ist das? Ach, das da ist Müll, ne? Jetzt sehe ich es auch. Äh, wie war das jetzt? I für Inventar, ne? Ah, ah, ah. Äh. Ein Inventar ist voll. Ja. Habe ich verstanden. Äh, im Inventar? Kann ich denn irgendwie was droppen? Äh. Vielleicht kann ich es ja gleich wieder rausnehmen. Ich weiß es nicht. Ähm. Genau. Trube machen wäre echt gut. Ich will mich hier hinstellen. Fupp. Nee. Baumssamme rein. Kohle rein. Kompass rein. Müll. Müll ist eine wichtige Ressource. Glas rein. Ah, Holz brauchen wir eh noch. Ah, Baumssamme rein. Ist das so? Ich muss mal in die Ressource wieder rausholen da. So. Dann ist mir das nämlich auch relativ egal hier gerade. Öh. So. Du fühlst dich langsam müde. Wir gehen jetzt auch ins Bett. Wir gehen jetzt auch ins Bett. So. Im Bett gehen. Gut, wir haben noch nichts. Ja, hat was von, ne? Frühling, Tag 1. Jahr 1. Spiel gerettet. Wahrscheinlich gespeichert. Aber sehr schön. Spiel ist gerettet. Geil. Es regnet. Achtung, neuer Gegenstand. Erledigt. Okay. Ähm, was hab ich denn da? Ach, J. Der Landwirt, der Anfang. Sammel, äh, 15. Bring dein Ernst der Ernte ein. Sammel, 15. Achso. Ja, ich hab noch nicht genügend Samen gepflanzt, ne? Vielleicht kann ich ja jetzt gleich da zu Sam gehen. Ich weiß es aber nicht. Für Mistwetter aber auch. Äh. Eichensamen. Oh, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Tidin. Tidin. Ich geh mal davon aus, dass ich jetzt nicht gießen muss, oder? Irgendwie ist das gerade einfach kurz hängen geblieben, hat man gesehen. Haben wir denn jetzt auch genügend Steine? Ah, ja, Steine auch. Okay, ähm, sofort. Interagieren. So. So. Zum Schreiner gehen wir sofort. Ich kenn' wir, glaub' ich, noch nicht. Äh, oder uns kenn' wir noch nicht. Ja, Johnny Doe. Ich wollte dich schon lange kennenlernen. Ich heiße Millie. Ist ja so aufregend, wenn noch Leute hierherziehen. Cool. Ähm. Jetzt hab' ich wieder vergessen, wo der Gemischwarenladen war. Ist es noch geschlossen? Das gibt's auch gar nicht. Warum ist denn der geschlossen? Sams Gemischwarenladen. Von 9 bis 17 Uhr. Warum macht der denn so spät auf? Aber dann kann ich ja trotzdem schon mal hinlaufen. Sam, mal auf. Ich werd doch nass, ey. Hi, wer bist du denn? Lilly, heute arbeite ich... Nachts. Ich möchte den Frühling genießen. Okay. Von mir aus. Du stöbern. Sie ist leer. Okay. Ja, okay, hab' ich verstanden. Die ist leer. Alles klar. So, 9 Uhr. Dann müsste der Sam auf... Äh, 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 aufhaben. Ja, der war gerade irgendwas mit untersuchen. Ich hab's doch gerade gesehen, Mann. Frische Erzeugnisse. Aha. Brauchen Sie Samen? Ja, sicher brauche ich Samen. Hast du immer noch viele Besor... Besorgen zu erledigen, Johnny Doe? Äh. Kann ich immer noch keine Samen kaufen? Ja, ich will was einkaufen, Mann. Ach da, warte mal. Einkaufen. So, Frühling, Kartoffeln. Auch im Frühling. Das ist auch gut. So, jetzt haben wir auch fast keine Kohle mehr. Ganz geil. Da, da, da. Geschenk überreichen. Nee, ich geb' dir bestimmt nicht in mein Holz jetzt. Außer, und was ist denn das für ein Geschenk? Geil, hier, nimm, nimm Holz. Ähm. Die Schreinerei. Die war... Wo waren die? Die Schreinerei ist weg. Spielerhaus? Das ist, genau, das ist meins. Ach, da oben. Äh. Bin ich jetzt echt da oben hin? Tü, 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 tü. Lauf ich jetzt auf die Schreinerei zu? Ja. Das müsste die Schreinerei sein, ne? Oder? Nö, das sieht nach einem Wohnhaus... Ist das die Schreinerei oder ein Wohnhaus? Ist doch die Schreinerei. Warum komm ich denn jetzt hier nicht rein? Ach doch, komm ich. Repariere dein Haus! Jot! So, reden. Einkaufen. Hausaufwerten. Einkaufen? Was soll ich machen? Stein kaufen oder was? Schreiner. Ja, genau, ich brauch einen Schreiner. Hühnersteiner. Ich denke, ich soll nur hier Sachen mitbringen. Hausaufwerten. Ah, okay. Nein, jetzt sag mir nicht. Ich kann nichts machen, weil ich keine Knete mehr habe. Ah ne, doch, bestätigen Sie da. Klasse, danke. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Sauber. Gib Gas. Und jetzt? Achso. Joko. Honey. Achso, das ist in Englisch jetzt. Da hat jemand was vergessen zu übersetzen. Johnny Doe ist hier. Er will, äh, ja, Sachen bauen. Gib Gas. Ich bin Farmer. Ich hab keine Zeit. Wow, das ist ja total stark, Johnny Doe. Geil, ja. Dann mal los. Wieso ich? Ich denke, ihr repariert das. Nicht ich. Sprechen auf einmal andere Sprachen. Jana und Joko fangen an, dein Haus zu reparieren. Aha. Was sagt man dazu? Sehr viel gemütlicher. Äh, sieht viel gemütlicher aus als, äh. Äh, was? Und man sieht viel gemütlicher aus und fühlt sich auch so an, oder? Ah, genau. Und jetzt pack mit an. Dann bringen wir deine Sachen rein. Die reparieren mein Haus und stellen mir dann einen alten, vergammelten Schrank. Hier, guck mal, Schimmel. Ich seh's doch. Und die Schranktür geht auch nicht zu. Oder sitzt er auf dem Teppich. Ich hab'n Fernseher. Ich hab'n Fernseher. Und der hat wahrscheinlich jetzt weit am Rücken, aber das ist mir egal. Puh, das alte Ding war aber echt schwer. Wir sind fertig. Was meinst du, Johnny Doe? Ich mein', wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.